Strange, der sagt mir, dass ich keine Vollversion von dem Programm habe, obwohl ich eine Vollversion habe. Und das sogar relativ legal. So, Flackern angreifen. Das heißt, ich muss die beiden Videos gleich zusammenschneiden. So, Level 18 Vucano greift mit Flackern an. Flopp. Flopp. Blach. Plopp. Plopp. Mein neues Lieblingswort. Plopp. Hebe eine Karte vom Deck ab. Oh yeah. War das hier? Nein. Scheint nicht so. So, bitte. Oh, schon wieder 30. Glücklicherweise kann ich jetzt mein Vucano... Oh, ich mag das Spiel nicht mehr. Ist klar, dass ich das jetzt verkacke. Hand spielen wir als erstes, bevor wir alles vergessen. noch eine Kampfenergie an Vucano an. Und dann entwickeln wir mal Vucano zu... Arcani. Und gleich habe ich... einzelne 5 mehr. Cool. 5 mehr Lebenspunkte, Gedöns, Zeugs. Und setzen wir einmal Flammenwurf... Warum muss ich dafür eine Karte... Ist das scheiße? Ich meine, ich habe es ja jetzt in Pokémon umgebracht, aber nein, das ist doch... Das ist... Hä? 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 Ja? Ja? Ach... Oh! Wow! Nur 10 Punkte! Vorher mein... Logic! Ja! Bla! Hier war eine... Oh! Eine... Ich könnte... Oh! Eine... Oh! Voll Energie! Ich bin leiser! Oh! Ach so, ich... Ist das scheiße! Egal, ich mache das nicht trotzdem kalt! Irgendwie nehme ich die Karte immer wieder auf die Hand zurück. Kann das sein? Das ist verwirrend! Ich habe noch nie mit einem Feuerdeck gespielt! Ich habe immer nur meinen Pflanzen... Blitz... gehabt! Lustige Kombination! Georg nimmt einen Preis! Oh! Ich habe eine Mauzi bekommen! I hate this Pokémon! Warum auch nicht? Ich meine... Ich habe so viele andere Pokémon... Das kann sich jetzt in die Länge ziehen... Da ich das jetzt an... Ratzfratz anlegen werde... In der Hoffnung, dass Ratzfratz gute Attacken hat... Weil ich jetzt zu faul bin, nachzugucken... Angreifen kann ich nicht... Feuerenergie habe ich nicht mehr... Der Rückzug... Alter! Fickt euch! Ich will nicht mehr! Das Spiel macht keinen Spaß mehr! Ich let's play das nicht mehr weiter! Könnt ihr vergessen! So... Ja, ich hebe eine Karte vom Deck ab! Aua! Mein... Ja, er hat sich schon wieder zu einem Feuer-Pokémon umgewandelt! Toll! Ich kann nichts machen! Hoffen wir einfach mal, dass dieses... So, Dietorff... Alter! Alter! Wenn die nachdenken kann... Dann ändert sie... Doch wechselt sie ihr Pokémon... Weil sie sieht, dass ich nicht genug Energiekarten habe! Und... Ansonsten, warum setzt sie immer wieder Umwandlung ein? Was bringt es ihr? Ich habe nur dieses... Ja, ich habe auch andere Pokémon, aber... Und ich bin der Trottel! Das hätte ich die ganze Zeit machen können, wenn ich drei Energiekarten... Rückzug eins, zwei, drei... Ach... Scheiße! Los! Angriff! Biss! Und... Los! Mach es kalt! Und zwar hart und dreckig! Angst! Ja! Ich habe Magma gezogen! Toll! Bringt mir so unwahrscheinlich viel! Weil es ein... Hehehehe! Ne! Ich bin dumm! Ich habe zu lange kein Pokémon mehr gespielt! Und... Bis und es ist besiegt! Was für ein grandioser... Was für eine grandioser Tackle! Yay! Gierke nimmt einen Preis von zwei! Eine Kampfenergie! Oh... Ja! Um zu kämpfen! Ich habe einen Klatsche! Au! Das tat verdammtisch nochmal weh! Oh... Wie schön! Schmeißen wir alle unsere Karten weg! Und holen uns neue Karten! Yay! Sieben waren das nicht? Acht? Sieben? Achso! Ja! Sieben bei der Karte! Spieler waren es acht Karten! Oh my fucking God! Das sind jetzt auch schon mal gleich wieder zehn Minuten! Alter, ich... Ich... Alter! Alter Falter! Ich lade heute gleich zwei Teile hoch! Cool! Ja, dann muss ich aber jetzt... Irgendwann muss ich dann Bescheid sagen! Was mache ich jetzt? Eigentlich kann ich ja glaube ich nur zehn Minuten hochladen! Wenn ich richtig im Kopf habe! Und da muss ich dann halt in den zehn Minuten... Nach den zehn Minuten sage ich eigentlich immer so... Ja! Bis zur nächsten Folge! Blablabla! Und versuche eigentlich immer sowas abzuschließen wie in einem Kampf! Aber wie es jetzt hier nicht geht! Pfund! Yay! Und das Tolle ist... Ich... Bin dumm! Nein! Das wollte ich nicht sagen! Hehe! Das ganz Tolle ist... Ich leg's einfach mal an Punita an, weil ich nicht... Keine Ahnung hab... Von... Nischt! Und... Ähm... Ja... Ich achte nicht auf Zeit... Genau! Ich wollte... Eigentlich immer so... Einmal die Woche in den Part hochladen! Wenn Benedikt dann sein Headset hat, was er nicht hat! Er hat einen besseren PC als ich! Blablabla! Will eigentlich immer Let's Plays aufnehmen! Hat jetzt auch ein gutes Programm... Bekommen! Ganz toll bekommen! Ganz schnell bekommen! Blablabla! Aber er holt sich kein Headset! Deswegen werde ich ihn demnächst mal in die Stadt schleifen, damit er sich ein Headset kauft! Weil meins bekommt er nicht, weil ich ein tolles Studiomikrofon hab! Uhuhuhu! Studiomikrofon! Schleichwerbung! Und das Viech hat mich umgebracht! Ich wähle Punita! Dich! Punita, dich wähle ich! Mache sie alle! Mach sie alle Käse! Mach aus ihm Käse! Hm! Jetzt habe ich übelst Hunger auf Käse! Ich bin scheiße! Schmettertri... Schmetterkick! Das andere hätte mir auch nichts gebracht, weil der hat nur noch 10! Und ich hab gewonnen! Und das sogar noch in den 10 Minuten! Das heißt, jetzt... Ich lade ungefähr nächsten Sonntag wieder eine Folge hoch! Und bis dann! Tschüss! Haut rein! Bis demnächst! So, da heute ein ganz special Tag ist, wo ich jetzt mit einem anfange! Und lade ich heute sogar vielleicht drei Folgen hoch! Zwei oder drei Folgen! Und... Und... Nur um die Folge noch zu Ende zu bringen! Boosterpäcke bekommen! Sogar sehr... Tiere! Huh, Glumanda! Ui! Toll! Und noch eine! So, ein... Ja, schön! Das freut mich! Trank! Oh ja! Doch! Das gefällt mir! Ich muss einfach mehr üben! Ja, das musst du! Du bist schlecht! Tagebuch! Ich schreib noch Tagebuch! Ich schreib noch Tagebuch! Ich bin so klein! Und ich möchte Tagebuch führen! Und... Ich schreib ins Tagebuch! Ist das schön! Und jetzt... Tschüss! Bis bald! Nach 50 weiteren Sekunden, die mir jetzt nichts gebracht haben! Ciao! Ciao!